Die Sorge um Prinzessin Kate ist groß, seit sie öffentlich gemacht hat, dass sie an Krebs erkrankt ist und sich in Behandlung befindet. Aus der ganzen Welt hat die Ehefrau von Prinz William Genesungswünsche erhalten. Auch ihre Familie steht ihr bei. Nun hat König Charles die Gunst der Stunde genutzt und seiner Schwiegertochter eine große Ehre zuteilwerden lassen. Und das gab es wirklich noch nie. Wie am Dienstag vom britischen Königspalast öffentlich gemacht wurde, hat König Charles gleich mehrere königliche Ämter samt Titel verteilt. Zu den Glücklichen zählt auch Prinzessin Kate, die von ihrem Schwiegervater in den Orden der Companions of Honor einberufen wurde. Dabei handelt es sich um eine Organisation, die 1917 von König George V. gegründet wurde, um Menschen zu ehren, die große Leistungen in den Bereichen Wissenschaft, Medizin, Kunst sowie dem öffentlichen Dienst erbracht haben. Prinzessin Kate gehört nun auch zu ihnen. Sie soll als Royal Companion aufgenommen werden. Und das ist eine Premiere. Denn in der bisherigen Geschichte des Ordens wurde noch niemand zur königlichen Gefährtin des Ordens der Ehrengefährten ernannt. Doch auch Ehemann Prinz William ist nicht leer ausgegangen. Er erhielt von seinem Vater, König Charles, den Titel Great Master of the Most Honorable Order of the Beth, und wird so für seine Leistungen im öffentlichen Dienst und als Angehöriger des Militärs geehrt. Auch Ehefrau Königin Camilla wurde von König Charles bedacht, und erhielt die Auszeichnung Grand Master and First or Principal Dame Grand Cross of the Most Exelor Order of the British Empire.